Du trinkst ein Bier, was bist du für einen? Du bist ja total besoffer. Und probieren halt es wirklich zu trinken oder ist das so eher wie bei so einem Verkoster, der dann mal so ein bisschen gurgelt und das wieder ausspucken? Also nur gut hin und ausspucken, das reicht bei einem Bier nicht. Ist das Qualifikation für den? Müsste man, also wenn man regelmäßig trinkt, dann wird man eigentlich auch trinkfester. Ich muss aber ehrlich sagen, ich vertrage auch nicht mehr als andere. Hallo zur Sprechstunde, heute mit der Annalena. In dieser Ausgabe geht es, wie ihr euch vielleicht schon denken könnt, um Bier. Oder besser gesagt, um die Person, die für die Herstellung verantwortlich ist. Ich habe mich nämlich mit Martin Huber in der Hofmarktbrauerei in Läuflin getroffen. Dort, im Landkreis Kamm, ist er Braumeister. Und als ich da vor Ort war, haben wir uns über Craft Beer unterhalten, was er da verhält und was das überhaupt ist. Wie es der Brauerei während der Corona-Krise geht. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, was er eigentlich zum Reinheitsgebot sagt. Eine Auswahl von Themen, die wir da besprochen haben, gibt es jetzt. 17 verschiedene Flaschen, das sind eine Sorten oder geht das nur ums Eckgrundum? Genau, ums Eckgrundum sind auch noch paar, aber das sind für andere Kunden. Also wir haben einen äthrinischen Kunden. Einen besonderen Kunden noch in Großbritannien. Der wird schon seit 15 Jahren sind es bestimmt beliefert. Das ist das Kaufhaus in Harrods. Nein, das kriegst du ein Bier in Harrods? Ja. In London? Genau. Kriegt für euch ein Bier? Ein bayerisches Bier aus dem bayerischen Wald. In der Bügelflaschen auch. Die haben ein extra Etikett. Steht da extra um. Produced by Hofmarkt, Brewery. Also wenn ich in London am Harrods einkaufen gehe, kann ich von dir ein Bier trinken? Genau. Du musst suchen, ich war auch noch nicht drinnen und ich weiß nicht genau, wo es es gibt. Aber irgendwo gibt es es, ja. Die haben gerne so eine riesige Lebensmittelabteilung. Also so Feinkost, bla bla bla. Da wird es drin sein. Ja, aber jetzt mal ganz blöd, das ist ja im Prinzip dann dasselbe Bier. Also wie jetzt hat das Hofmarkt Hale, ist da nur mit einem anderen Etikett? Für die Harrods Dates, die kriegen schon ein eigenes. Also die haben ein eigenes. Das Rezept ist auch schon ein bisschen älter. Das zeiten wir eben das Ganze machen. Und die kriegen ein extra Bier, ein extra Sud. Also das machen wir ab und zu für Kunden, die kleinere Mengen abnehmen. Da sagen wir dann, macht es nicht so Sinn, dass wir ein extra Sud machen. Da füllen wir da einfach von unserem Bier eins ab und mit deinen Etiketten lieferst du uns halt dann die Etiketten. Was ist so eine kleinere Menge? Ja, kleinere Menge sind irgendwo zwischen 100, 200 Kisten, wenn einer bloß abnimmt und vertreibt. Also kann ich mir, wenn jetzt 100 Kisten abnimmt, mein eigenes Bier für euch braun lassen, beziehungsweise das eigene Etikette bekommen? Für einen gewissen Preis gibt es auch die kleineren Mengen. Das ist dann nur eine Frage, wie viel das du zahlst dafür. Also das haben wir auch schon für kleinere Mengen gemacht. Zum Beispiel, wenn ich einen 18. Geburtstag gehabt habe und habe eine große Party geschmissen mit 80 Leuten. Und dann hat die da ihr eigenes Bier gekriegt. Was ist so für euch eine übliche Menge, die ihr herstellt? Hektoliter ist so die Menge, in der Brauereien rechnen. Ein Hektoliter sind 100 Liter. Und 10.000 Hektoliter machen wir im Jahr, die wir verkaufen. Und das ist aber jetzt ohne so besondere Ereignisse wie ein Zufeste? Genau, das ist eigentlich so das, was wir an Flaschenbier und an Getränkemerkte und an den Endkunden so verkaufen. Wenn dann eine Feste zukommt, dann ist das entsprechend noch mal ein bisschen mehr. Jetzt war es ja heuer so, dass wahrscheinlich auch einige Feste angesetzt waren. Habt ihr ja, wie war das dann da? Also es waren nicht so viele Feste. Wir haben auch nie so viele Feste in einem Jahr gehabt. Es waren eigentlich jedes Jahr immer so ein bis zwei, maximal drei Feste. Auch dieses Jahr wären es zwei Feste gewesen. Aber war das dann schlimm? Oder war das so weit im Voraus, dass ich sagen kann, okay, ja, mei, dann ist es halt nicht. Also es war nicht schlimm, weil wir für das noch kein Bier vorbereitet gehabt haben. Es hat welche schon getroffen, die Kammer Frühlingsfest zum Beispiel beliefert hätten. Denke jetzt mal, dass die, glaube ich, dass die betroffen hat, dass die schon das Bier irgendwo einbraut haben und dann damit gerechnet hätten und dann ist abgesagt worden. Und dann haben die das anderweitig verkaufen müssen. Aber bei uns haben wir den gekauft. Ihr habt nur im Mai, glaube ich, immer so ein Bockbierfest selber, oder? Das stimmt. Da haben wir eigentlich auch einen Bock dafür vorbereitet gehabt. Den haben wir dann in Flaschen abgefüllt. Und dann ganz nochmal die Getränke-Märkte verkauft. Genau. Und dadurch, dass das Fest nicht war, sich die Leute aber irgendwie scheinbar auf den Bock gefreut hätten, haben die trotzdem dann viel mehr Flaschenbier gekauft. Und dann ist die ganze Menge eigentlich an Flaschenbier weggange. Eigentlich auch erstaunlich. Und den gibt es normal so nicht zum Kaffern? Gibt es schon, aber wir verkaufen normal viel, viel weniger an Flaschen. Ich glaube, das ist ja das Dreifache gewesen, was wir an Flaschen dadurch verkauft haben. Und dann hast du auch mehr machen müssen? Das war dann schon zu spät. Den haben wir ja schon im Januar haben wir den Sucu gemacht. Beim Bockbier dauert das noch länger. So lange? Das braucht zwei bis drei Monate, bis das fertig ist. Und lieber noch länger, weil das wirklich am liebsten, dass wir es noch länger lagern. Ja klar, weil der dann voll mehr... Das ist erstens mehr Alkohol drin, genau. Der muss länger gären. Die Hilfe tut sich dann auch schwerer, das Ganze zu vergären. Das muss dann auch länger lagern. Und deswegen haben wir das schon im Januar gemacht und da haben wir es natürlich noch nicht gewusst. Und deswegen waren wir auch wirklich froh, dass das Ganze auch in Flaschenweiß weggegangen ist, weil sonst wären es das übrig geblieben und im glücksten Fall hätten wir es wegblasten müssen. Aber kennst du, oder kennst du das dann auch, dass eben vor allem, weil Ätzkelfeste sind, dass dann irgendwie mehr Nachfrage ist, weil wir so daheim feiern wollen, mehr oder weniger? Tatsächlich schon, ja. Ja? Also es ist ja jetzt möglich und man darf daheim gleich mal feiern. Und das merkt man schon, dass mehr Flaschenbier verkauft wird. Und wo es das dann letztendlich wird, ist dann nur von der Dauer, von der Gärdauer abhängig? Oder wenn du sagst, der Helles dauert um die sechs Wochen? Ja, auch. Also eigentlich ist es von den Zutaten abhängig. Von der Menge dann, muss man eine dort, oder? Auch von der Menge und auch von der Art der Zutaten, kann man sagen. Also bei einem Bock zum Beispiel, tut man mehr Malz hinein. Das ist logisch, weil mehr Zucker dann hineinkommen und dann mehr Alkohol entsteht. Auf die gleiche Menge Wasser. Man kann auch andere Hefe benutzen. Das macht man, wenn man Weißbill macht, dann nimmt man obergärige Hefe. Oder man benutzt andere Hopfensorten, oder mehr Hopfen. Bei einem Pulse ist mehr Hopfen drin, dass man mehr Bittere und mehr Hopfenaroma hat. Im Grundprinzip ist immer das selbe. Wasser und Malz, dann Hopfen dazu, Kaken ein bisschen und dann wieder runterkühlen und Hefe dazu. Eigentlich ganz einfach, aber es gibt halt überall ganz viele Feinheiten. Letztes Mal bei irgendeinem Discounter, habe ich gesehen, hat es so ein Brauset gegeben. Bei Aldi war das, ja. Ich habe ja gesehen. Ist das ein Schmal, oder? Ja, du kannst schon ein Bier damit machen, aber besonders gut wird es nicht. Es gibt halt einfach ein paar Pellets mit drin, ein Hopfen, also ein bisschen Malz. Wahrscheinlich schon vorgeschroten und ein paar Hefe noch dazu. Eine kleine Anleitung, das kannst du ja relativ leicht davon machen. Aber es wird auch nicht so lecker. Vielleicht nochmal was anderes, also Zweck für die eigentlichen Biersorten. Es gibt ja noch etwas, was man doch heim jetzt vielleicht nicht so gut herstellen kann, und zwar das Craft Beer. Das geht ja dann auch nicht mehr unter das Rheinwitzgebot, oder? Ach so. Craft Beer heißt ja nur handwerklich hergestelltes Bier. Alle Biere, die aus unserer Brauerei kommen, sind Craft Biere, wenn man es so sehen will. Weil das Ganze kommt ja aus den USA. In den USA gibt es ein paar große, riesengroße Brauereien. Und wir haben irgendwie dann die Leute gesagt, naja, das Bier ist jetzt nicht so lecker. Oder haben dann, waren vielleicht auch in Deutschland zu Besuch, zum Beispiel, und haben gesagt, hey, da gibt es auch anderes Bier, das noch besser schmeckt. Und haben dann daheim in der Garage angefangen, das Bier zu brauen. Und das waren dann die sogenannten Craft Brewer, die sind dann im letzten Jahrzehnt irgendwo in Amerika immer mehr geworden. Und weil sie die eben abheben wollten von dem normalen Lagerbier, das es da in Amerika gibt, haben die dann auch andere Biersorten gemacht, die irgendwo interessanter waren. Und haben dann, ja, ein bisschen experimentiert und ein bisschen besondere Biere noch gemacht. Aber besonders heißt ja bei Craft Beer, und dass dann meinetwegen das auch noch Mango, Limette, irgendwas schmecken kann. Genau, Kaffee, sowas schmecken kann, ja. Und wie geht dann das? Du hast Möglichkeiten, das geschmacklich schon so zu machen. Nur mit diesen Zutaten Malz und Hopfen und der Hefe. Mit den dreien kannst du spülen. Es gibt zum Beispiel Malze, die werden ja, also das Gerstenkorn wird, dass es Malz wird, zuerst eingeweicht und keimgelassen und dann geröstet. Und wenn du das Rösten verlängerst, dann wird das richtig schwarz und dunkel. Und so kriegst du ein dunkles Malz. Und wenn du ein dunkles Bier machst, benutzt du ein dunkles Malz. Und wenn du von dem dunklen Malz noch viel mehr nimmst und noch mehr, und dann ein richtiges Füll davon, dass er richtig stark wird, dann kriegst du nicht nur diese dunkle Farbe, sondern auch ganz viel von den Röstaromen. Und beim Rösten entstehen halt Aromastoffe. Und so gibt es dann Bieren, die nach Schokolade schmecken. Und wenn du fruchtigere Aromen reinbringen willst, dann nimmst du bestimmte Hopfensorten, die ein bestimmtes Hopfenaroma haben, das dann nach Maracuja oder Zitrone riecht und schmeckt. Und das musst du dann herausfinden, wann denn der Geschmack dann rauskommt. Eigentlich welche Hopfensorte du benutzen musst, damit du den Geschmack kriegst, den du willst. Und dann musst du dir den Hopfen kaufen und den dann zum richtigen Zeitpunkt, im richtigen Verfahren zugeben, dass es eben der Geruch und Geschmack eins Hopfen übergeht. Und das ist aber dann teurer. Also die Sorte am Hopfen ist dann einfach auch kostspieliger. Genau so ist es ja. Du kostest dann den Hopfen mehr und entsprechend dann auch das Bier mehr. Klar. Und man ist dann auch irgendwann ein bisschen übergegangen. Was ich immer das Interessante fand, dass man andere Flaschengrößen auch macht und das anders vermarktet. So in Bayern hast du 0,5er Flaschen, die trinkst du für dich allein. Die machst du auf und du hast Prost, du stößt und trinkst. Und manche Craft Brauer, die haben dann angefangen, in 0,6er Flaschen oder 0,7er Flaschen das abzufüllen, weil sie gesagt haben, wir weinen zum Beispiel, das ist eine größere Flasche und du trinkst es zu zweit. Das ist eine Menge und das ist ein bisschen stärker, das du allein nicht schaffst. Dann zwei Gläser und du trinkst es dann gemeinsam. Was dann auch wieder ein bisschen ein anderes Erlebnis ist und auch eine andere Wertigkeit. Ja, wie stehst du dem gegenüber? Also Craft Beer, findest du es eher gut, dass man da so von dem normalen Bier wegkommt? Eigentlich schon, weil es das Ganze belebt hat. Jeder hat dann mal was probiert, jede Brauerei hat auch ein bisschen probiert, da was zu machen. Viele haben dann auch gute Sorten entwickelt und die sind blimm. Und das Wichtigste, was ich fand, ist, dass im Kopf von den Leuten das ein bisschen sich verändert hat. Dass die Bier nicht nur zum, hä, jetzt trinken wir 5,5er da heim benutzt haben, sondern mal gesagt haben, ich genieße das, ich mache ein halbes Bier auf und die trinke ich dann, weil das ist etwas Besonderes. Und das hat, glaube ich, in der ganzen Branche und jeder Brauerei auch ganz gut getan. Man kann bestimmt das Geld verlangen und es geht ja trotzdem um das Geld verdienen. Und bei Reihen heutzutage sind nicht mehr so Gelddruckmaschinen, wie es vielleicht vor Jahrhunderten waren, wobei es einen Nachteil hat. Wenn einer bloß ein Bier am Abend trinkt, verkauft natürlich die Brauerei weniger Menge. Und das hat vielen auch wieder, war für viele wieder ein Problem, auch für uns. Es ist halt da nicht viel verkauft worden von den Sorten, die wir hergestellt haben. Genau. Es ist dann ein Sud gemacht worden. Nachfrage ist bei uns in Süddeutschland ein bisschen geringer als in Norddeutschland. Und weil wir in Süddeutschland sind, verkauft man nicht so viel davon. Und dann ein, zwei Sorten haben wir schon wieder einstellen müssen, weil man sich nicht mehr rentiert hat. Aber ist das auch, obwohl das Craft Beer in den letzten Jahren doch immer populärer geworden ist, ist es immer so, dass man sagt, hey, die Qualität, die wir da haben, ist man so, dass man aus aller Dinge, jetzt in Deutschland oder Bayern, keine Ahnung. Aber es gibt im Ausland mittlerweile tolle Brauereien, die auch qualitativ hochwertiges Bier machen. Man muss natürlich im Ausland nicht ans Reinheitsgebot halten. Das heißt, da hast du ein bisschen mehr Freiheiten. Du bist natürlich aber auch nicht mehr so rein in dem Bier, weil es manche Kleinigkeiten mit zugeben können, die du in Deutschland nicht darfst. Oder ab und zu nicht schlecht, also eigentlich auch gut ist. Also du selber findest es gut, dass es Reinheitsgebot gibt? Oder findest du das irgendwie veraltet, dass das irgendwie mittlerweile... Also manchmal ist es schade, weil man einfach nicht in alle Richtungen was machen kann. Und du bist dann vielleicht irgendwo an der Grenze von Deutschland, darfst das nicht mehr machen. 10 Kilometer weiter im Ausland, darfst du jetzt dann schon tolle Sachen machen und interessante Kreationen machen mit Hanf oder Orangenschalen oder Koriandersamen. Das darfst du eigentlich in Deutschland nicht, weil es gegen das Reinheitsgebot spricht. Und hast du dann selber auch so einen Favoriten? Oder sagst du, das schmeckt dir am besten? Schwierig zu sagen. Ich trinke halt meistens Hofmarktbier, weil ich in der Arbeit muss. Ich muss ja jede Schauschen irgendwo probieren. Und probieren heißt ja wirklich trinken oder ist das so eher wie bei so einem Verkoster, der dann mal so ein bisschen gurgelt und das wieder ausspucken? Also nur gurgeln und ausspucken, das reicht bei einem Bier nicht. Also du musst das Bier auch runterschlucken. Es gibt auch Aromen, die du erst wahrnimmst, wenn du es schon runtergeschluckt hast, über den Gaumen hinten hoch. Gehört auch mit dazu. Und da nimmst du auch Aromen wahr, die du sonst nicht wahrnehmen würdest. Das musst du so runterschlucken. Aber probieren heißt ja wirklich nur probieren oder was ist das dann? Ja, also wenn es nur darum geht, zum Sagen hat das Bier irgendwo, wo einen groben Fehler oder eben, kann man das ausschließen, da gelangt eine kleine Menge. Ich bin aber schon auch so, wenn ich verschiedene helle Biere zum Beispiel vergleichen müsste, die relativ nah beieinander sind, dann landet man ein kleiner Schluck vor dem und dann ein kleiner Schluck vor dem anderen. Landet man da nicht, um da klein zu sich in der Osten festzustellen. Dann muss ich dann, das muss ich aber dann daheim machen natürlich. Das darfst du da nicht machen? Ich muss ja daheim fahren danach. Aber wenn das nicht wahr, dann darfst du auch da in der Arbeit da so mal? Also ich muss ja. Ja, du bist zum Trinken verdonnert. Ja, ja, auf jeden Fall. Schon, das gehört zu meinem Job mit dazu. Das ist manchmal schön, manchmal ist das auch anstrengend, wenn du dir denkst, ich habe jetzt eigentlich gar keine Lust. Aber ich muss das probieren, weil am nächsten Tag oder heute Nachmittag wird es schon abgefüllt und wir müssen irgendwas vorziehen und jetzt ist 9 in der Früh. Es bleibt jetzt keine andere Zeit. Irgendwann muss der Alkosier wieder abbauen. Jetzt muss ich halt das Bier probieren. Meistens langen schon kleinere Mengen. Aber wie gesagt, ich mache das schon, ich nehme dann eine ganze 05 Flasche mit heim oder dann mehrere und vergleiche dann die untereinander. Ich muss ja nicht bloß einen Schluck schmecken. Es geht ja zum Beispiel auch darum, macht das Bier Lust auf mehr. Und dann trinkst du einen Schluck und zwei und drei und denkst, naja, irgendwie läuft es nicht so gut runter. Dann trinkst du das nächste und dann schützt du ein und trinkst einen Schluck und trinkst gleich noch einen und dann sagst, wow, das geht gut und bis unten runter ist richtig gut. Dann ist es schon nochmal besser als das andere. Obwohl es vielleicht auf den ersten Schluck beide fast gleich gewesen sind, aber es gibt quasi auch Bewertungskategorien, wo du sagst, wie schmeckt das ganze Bier? Wie gut lässt du es sich trinken? Aber jetzt zurück zu dem, ich glaube, da haben wir gestoppt, was dir schmeckt oder was du gerne trinkst. Also, mein Favorit, eigentlich, was ich am liebsten auch daheim gern trink, ist unser Bio-Helles, das, was ich selber mache. Weiß, wo es drin ist. Ja, auch deswegen, aber es ist einfach, ein Helles kann man immer trinken, das geht einfach immer. Das Bio-Helle, das kommt dazu, das ist eigentlich ein bisschen leichter wie unser Bügel-Helles. Das heißt, wenn man am Abend da nicht trinkt, dass man nicht gleich mit und muss ins Bett, trink ich zurzeit am liebsten. Aber bei dir ist es trotzdem nicht so, dass du das Bier sofort mit der Arbeit verwendest, sondern dass du schon einmal so eine Feierabend halbe trinkst? Ja, auf jeden Fall. Es ist schon immer, man ein bisschen, schwingt das immer im Hinterkopf mit, vor allem, wenn irgendwas nicht passt mit dem Bier, wenn man jetzt irgendwo isst und man kriegt ein Bier, das dann vielleicht schon ein bisschen älter ist und du trinkst es dann, denkst, hm, das ist vielleicht nicht mehr so frisch. Und das kommt automatisch in deinem Hinterkopf, taucht es auf. Man sagt das natürlich nicht immer gleich jedem und sagt dann, hey, hast du das geschmeckt und ja, das ist aber nicht gut. Dann sagt man, ist man dann ruhig und trinkt es einfach. Aber, vor allem, wenn man dann auch feiert und andere Sachen an andere Sachen denkt mit anderen redet, dann passt man da auch irgendwann auch nicht mehr so auf. Aber trinkst du dann irgendwie so, schaust du dann, dass du auch vor der Konkurrenz immer wieder Biere trinkst? Ja, schon, ist auch ganz wichtig. Musst du das machen? Muss ich nicht, nein, aber ich mache das von mir aus. Es ist einfach interessant zum sehen, was machen die anderen, was machen die anderen vielleicht sogar besser als du und du musst auch ein bisschen rundum probieren. Musst du dann auch trinkfester so als andere? Ist das Qualifikation? Müsste man, also, wenn man regelmäßig trinkt, dann wird man auch eigentlich auch trinkfester. Ich muss aber ehrlich sagen, ich vertrage auch nicht mehr als andere. Aber wenn du sagst, du musst deine Arbeit mal probieren, ist das schon mal passiert, dass du gemeint hast, so leid, jetzt wenn ich dann einen Schluck trinkt, dann wird es aber kritisch. Ja, das merkt man dann schon auch und meistens kann ich schon so timen, dass das passt. Also wir machen Verkostungen, also ich mache das nicht nur allein, das sind dann noch zwei andere in der Brauerei, die dann, wo man miteinander verkostet. Und wir machen es dann meistens so vor der Mittagspause, so um 10, 11, arbeiten wir dann die Sachen ab, die wir halt probieren müssen und dann machst du noch eine halbe Stunde Mittag. Dass man dann auch wieder was fettiges essen kann. Genau, dass man dann auch wieder was fettiges essen kann. Und dann baust du das auch ein bisschen wieder ab und machst es natürlich nicht, wenn du irgendwo ein, da oben eins einen Termin hast. Weil ein bisschen Alkohol ist immer drin und dann hast du ein bisschen Alkohol im Blut und das spielt mal da. Muss gut geplant sein und vom Heimge geht es sowieso dann auch nicht. Das haben sie vielleicht früher gemacht. Es gab früher auch ganz viel Alkoholiker in den Brau rein. Das hat sich mittlerweile vor allem durchs Autofahren halt ganz stark geändert. Aber auch ein bisschen so, oder? Weil da kannst du ja richtig was falsch machen. Ja, das auch. Also du musst schon mit deinem Hirn auch dabei sein. Vor allem, ja, wenn du im Sudhaus bist und im Keller, da ist viel, wo du eigentlich nachdenken musst, was machst du gerade und wie machst du das und was kannst du falsch machen und du musst schon aufpassen. Da sind bestimmt früher mehr Sachen passiert. Oder das falsche Bier gemacht oder das falsche Reingeschmissen. Man kann schon auch froh sein, dass es nicht mehr so ist. Wenn man auf Geschichten hört, was doch los war. Also einerseits natürlich lustige Geschichten, aber also du denkst, also wie das funktioniert hat und dass da nichts passiert ist. Auf dem Bau zum Beispiel. Da hat sie auf dem Bau? Auf dem Bau, ja, auf dem Bau. Das waren früher die besten. Deswegen ist ja überhaupt die Bierflaschen erfunden worden. Echt? Das war so to go? Genau, dass die am Bau ihr Bier trinken können. Früher hat es nur in die Wirtschaft dem Fester gegeben und dann haben sie irgendwann umfangen, diese Flaschen zu machen für die Mauer eigentlich. Na, echt? Das habe ich auch nicht gewusst. Ist das wirklich der offizielle Grund? Mhm, genau. Dass die Maurer ihre Bier während der Arbeit trinken können? Bevor es die Flaschen ging, hast du dein Bier im Wirtshaus mit einem Eimer holen müssen. Da ist ja nur in Eimern gerechnet worden. Da hat jemand, jeder nur so einen Blecheimer zum Beispiel gehabt. Und er ist ins Wirtshaus gegangen, dann hat sie da einen Eimer voll Bier geholt. Und deswegen ist es ja gleich drungen worden, dass es nicht schlecht wird. Genau. Hat es ja nicht so lange gehalten. Es war ja gut, dass man es gleich drungen hat. War früher ganz anders. Kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Gar nicht. Kriegst du eigentlich Freibier? Jeder Mitarbeiter kriegt eigentlich Hausdrunk. Das heißt, ein Teil von deinem Gehalt sozusagen kannst du als Getränke von der Brauerei mit haben nehmen. Je nachdem, wie viel du vereinbaust, wie viel du auch brauchst. Das machst du selber aus. Sagst du, was auch so? Nee? Ja, wenn du sagst, du brauchst ganz viel, dann musst du halt in der Gehaltsverhandlung sagen, ich möchte aber trotzdem Gin, Kisten im Monat haben oder 15. Es ist ja von Brauerei zu Brauerei unterschiedlich. Steht das dann auch so in der Gehaltsabrechnung dort? Keine Ahnung, Gehalts, so und so viel, Haustrunk? In der Gehaltsabrechnung nicht, aber im Arbeitsvertrag steht es drin. Aber das steht dann nur in Bier und Liter oder Kisten oder was auch immer, aber steht jetzt nicht der Huber, der Maga bevorzugt sein Bio-Hannes. Nein, das steht nur in Liter eigentlich. Also ich kann da mitnehmen, was ich mag eigentlich und man kann auch Wasser und Spezi mitnehmen. Und ist es dann auch so, wenn du jetzt jemanden von Zolls, der dich nicht kennt, dass du Braumeister bist, dann kommt dann so eine typische Reaktion immer? Also eigentlich schon, das Interessante ist, eigentlich, wenn du irgendwo bist, dann kommt das Gespräch von Haus aus immer auf Bier. Irgendjemand sagt dann immer, hey, wie schmeckt dir das? Oder ich drücke jetzt ein Weißbier, weil ein Weißbier schmeckt mir besser. Und jetzt dann so ein bisschen Mäh, das ist schon mal interessant. Und die Reaktion, die ich eigentlich immer kriege, wenn dann jemand sagt, ja, was arbeitest du denn? Und ich sage, ich bin Braumeister. Und dann ist es eigentlich immer so, was? Braumeister? Aber du schaust doch nicht aus wie ein typischer Braumeister. Braumeister ist dann einmal alt und hat einen Bierbauch zum Beispiel. Und manche können das dann eigentlich gar nicht glauben und sagen, hey, das gibt es nicht. Und du bist verantwortlich. Und dann geht es, sobald sie wissen, dass ich Braumeister finde, geht es immer um Bier. Ich rede ja gern drüber. Aber ist dann so die typischen Fragen, die immer gesteigert kriegt? Oft sind es so Fragen wie, ja, was ist denn jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einem hellen und einem Weißbier? So, oder was ist denn an einem alkoholfreien Bier? Wie macht man denn das eigentlich? So ein bisschen so Fragen, die die Leute interessieren, die es sonst nicht beantwortet kriegen würden, die es dann einfach gleich mal nachfragen. Also sagst du dann wahrheitsgemäß? Ja, ja, schon. Ich meine, das ist ja ein bisschen Allgemeinbildung, die man den Leuten da vermitteln kann. Also schon, wenn man die dann ein bisschen fragen hat, dann. Das ist ja auch ein schönes Thema. Und meistens kommt das eben daran, wenn man irgendwo zusammenhackt. Red mal über ein Bier und da gibt es auch immer viel zum Reden. Schon, ja. Was ich ganz lustig finde, da bin ich mal, ich weiß gar nicht mehr wer das war, der ist neben mir auf der Bierbank gesessen, beim Fest. Und dann hat die ein alkoholfreies Radler bestellt. Du lachst schon, was ist das so bei dir? Was denkst du dann? Ja, für das war eigentlich das Bier nicht gedacht, sag ich jetzt mal. Bier ist eigentlich dafür da, da ist Alkohol drin. Es ist halt irgendwo, es ist nicht ohne Grund Alkohol drin. Früher hat man ja, haben die Leute ein Bier drungen, weil das Wasser nicht ganz sauber war. Und dann haben die Bier drungen, weil das war abgekocht. Und war ein bisschen leichter, da ist mir nicht gleich so verwandert. Aber heutzutage trinkt man halt Bier mit Alkohol und das gehört irgendwo dazu. Und dann auch alkoholfreies Bier, ist das eh schon so ungewöhnlich. Und dann auch noch mit Limo gemischt. Das ist halt einfach, ja, viele alte Braumeister und Brauer, die, 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 die drehen sich da im Grab um und sagen, wie kann es sowas geben und das gibt es auch nicht. Und Bier ist doch ein Bier und alkoholfreies Bier ist doch eigentlich gar kein Bier. Gibt es auch ganz viele, die da so ein bisschen schimpfen. Aber ist, ja, ist schon Bier. Im technischen Sinne, ist es Bier? Im technischen Sinne, auf jeden Fall, ja. Aber ich bin da nicht so. Also, ich mag selber auch gerne Radler zum Beispiel und ich trinke auch gerne alkoholfreie Biere. Sind das auch interessant. Wobei ich persönlich sage mal, alkoholfreie Biere schmecken meistens nicht so gut. Ist ja zu meinem Empfinden. Die schmecken so ein bisschen säuerlich. Genau, ein bisschen säuerlich. Da fehlt einfach das, ja, der Körper, der Alkohol, der entsteht, kommt ja vom Zucker und du musst dann weniger Zucker benutzen. Das heißt, weniger Malz. Und im Malz ist natürlich nicht nur Zucker drin, sondern andere, ja, Stoffe, die ein bisschen einen Körper bilden und das Ganze schmackhaft machen und die sind noch da nicht drin. Deswegen schmeckt es einfach ein bisschen mehr nach Wasser. Wobei hingegen aber alkoholfreies Weizen mehr ähnlich zu einem echten Weizen hat. Da hat man ein bisschen den Vorteil, dass die Hefe, die man da benutzt, von Haus aus mehr Aroma bildet. Also die fehlt dann von dem Malz. Man von dem weniger Malz, das du benutzen musst, ein bisschen was. Aber du hast natürlich trotzdem von der Hefe Aromastoffe, die du schmeckst und die das Ganze irgendwo vollmundiger machen. Meistens fehlt einfach die Vollmundigkeit. Vor allem alkoholfreie Biere, alkoholfreie Getränke, die sind so in die Statistik, vom Bierumsatz in Deutschland seit Jahren am steigen. Echt? Der Alkoholkonsum selber geht zurück, aber die alkoholfreien Biere, die werden immer mehr getrunken. Ist klar, du musst ein Auto fahren, dann kannst du nicht zwei oder ein halbes Bier trinken, das ist schon zu gefährlich, sondern dann sagst du, trinke alkoholfreies. Und die werden auch immer besser mit Leiden, dadurch, dass die Nachfrage steigt. Und glaubst, dass das irgendwann auch so ist, dass man, jetzt nicht nur noch, aber... Es wird sich irgendwo einpendeln, Schatzi. Ganz verschwinden wird keins. Ja. Dann wird sich irgendwo... Wobei das halt schon... Also, das... Oft ist es ja schon so, wenn man wo hingeht, jetzt halt auf eine Feier oder so, oder auf ein Festl, und du bestellst dir alkoholfreies Bier, dann ist das... Ja, vielleicht braucht das auch ein bisschen Zeit. Das sind jetzt die nächste Generation, für die ist das ganz normal, und dann sagen die, hey, du trinkst ein Bier. Was machst du? Bist du für einer? Bist du total besoffer. Also, scham dich. Ja, das kann schon sein. Das kann sein, ja. Das war die Sprechstunde mit dem Braumeister Martin Huber. Wenn ihr noch Fragen habt, oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut doch einfach bei unserem Instagram-Kanal vorbei. Dort heißen wir Insta-Freistunde. Ich sage danke fürs Zuhören und gefreie mich, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.